Der Sommer in der Stadt geht weiter. Die Konzertreihe Mona Corona bringt acht Live-Acts an verschiedene Orte in Sendling-Westpark. Auch für die Bands sind die Konzerte unter Corona-Bedingungen ein besonderer Neustart. Wunderbar fühlt sich das an. Also es hat sich ja direkt aufgeschaut. Und heute lassen wir das alles raus. Unser Abschlusskonzert von unserer Corona-Konzertreihe, die natürlich alles sehr minimal gestaltet war. Aber ja, schön, heute endlich mal wieder auf der Bühne zu bleiben. Es fühlt sich großartig an. Und zwar deshalb, weil es schon sechs Konzerte waren. Das siebte Konzert das allerbeste ist und noch eins kommt. Ich würde mir einfach nichts Besseres wünschen für diese Reihe. Und dass es geklappt hat, das hat natürlich auch Gründe, weil die Stadt München so gut gehandelt hat. Aber auch, weil wir uns als Künstler wirklich zusammengeschlossen haben.